Wenn wir uns hier mal die Verkaufszahlen anschauen, wir haben hier einen 30-Tage-Umsatz von 15.500 Euro, also extrem viel. Insgesamt 1.195 Bücher verkauft. Ich erstelle jede Woche zwei bis drei neue Videos zum Thema Amazon KDP. Also wenn du das Video verpassen willst, dann klicke im besten Fall jetzt auf Abonnieren. Vielen Dank. Heute wollen wir uns wieder eine neue Nische anschauen für das Thema Amazon KDP. Kurz für alle, die nicht wissen, was ist Amazon KDP. Es geht darum, dass wir hier solche Bücher veröffentlichen. Dafür erstellen wir eine fertige PDF-Datei, ein Buchcover, laden das bei Amazon KDP hoch und dann kann jeder das Buch kaufen, so wie wir es hier sehen. Und die heutige Nische sollen Tagebücher sein, beziehungsweise hier die Unternische Dankbarkeits-Tagebücher. Da könnt ihr wirklich verschiedene Nischen auswählen, wie Meditationstagebücher oder Fitness-Tagebücher, Ernährungstagebücher. Und hier eben einfach mal als Beispiel so ein Dankbarkeits-Tagebuch. Da können wir uns einfach mal hier dieses Buch uns genauer anschauen, weil diese Art von Buch ist nicht wirklich schwierig zu erstellen, weil wir eher eine Vorlage bieten und der Inhalt kommt dann von der Person, die das Buch kauft. Und wenn wir da mal reinschauen, da sehen wir einfach, wir haben hier Felder, die ausgefüllt werden können von dem Käufer. Und wir bieten eben nur die Vorlage, die müssen wir selber formatieren, selber gestalten, aber dann können wir eben das als Buch verkaufen. Wenn wir uns hier mal die Verkaufszahlen anschauen, wir haben hier einen 30-Tage-Umsatz von 15.500 Euro, also extrem viel. Insgesamt 1.195 Bücher verkauft. Wir können uns auch mal da hier die Grafik anschauen zu den Verkäufen. Da empfehle ich immer, dass man sich ein Jahr anschaut, um zu schauen, hey, haben wir eine Saisonalität? Und jetzt sehen wir natürlich, wir gehen hier Richtung ins Weihnachtsgeschäft. Da sind die Verkäufer natürlich extrem. Im Durchschnitt sind wir irgendwo hier bei 30-40 Verkäufe am Tag. Einfach nur aus Übersicht, haben wir eine Saisonalität oder nicht. Hier wäre es so, wir haben gute Verkäufe auch unter dem Jahr, aber extrem gute Verkäufe dann Richtung Weihnachten, Richtung Weihnachtsgeschäft. Deswegen wäre das eine Nische, die wir uns auf jeden Fall anschauen könnten. Wenn ihr hier diese Verkaufszahlen oder Verkaufsmengen auch sehen wollt, braucht ihr natürlich ein Tool dafür. Das heißt Helium10. Ich habe meinen Link in die Videobeschreibung gepackt und wenn ihr den Code Geldacademie10 anwendet, bekommt ihr 10% Rabatt auf das Abonnement. Also es lohnt sich für euch. Ja, wie würden wir so ein Buch erstellen? Wir brauchen natürlich einen Inhalt dafür. Dafür gehen wir auf ChatGPT, nehmen hier die Vierer-Version. Da ist es eben so, da müssen wir im Monat 19 Dollar zahlen oder 18,50 Euro sind es ungefähr. Und dann können wir die vollen Funktionen nutzen. Jetzt habe ich auch mal geschrieben, dass ich eine Inhaltsübersicht haben will für ein Dankbarheitszeigebuch, weil ich das eben auf Amazon veröffentlichen will. Das macht ihr so eine Übersicht über Einleitung, Kapitel 1, 2, 3. Jetzt will ich aber spezifisch haben, was mache ich in das Buch rein. Das heißt hier, erstelle mir ein Tagebuchformat, also die Seiten an sich. Und da haben wir eben jetzt hier die Übersicht mit Morgenreflektionen, Dankbarkeitsmomente des Tages, positive Gedanken. Dann nochmal unterkliert hier in wöchentliche Reflektionen, die alle sieben Tage sind, am Ende vom Monat. Zusatzzeiten, wo man noch eigene Notizen hinzufügen kann. Und dabei auch mal einen guten Aufbau für den Inhalt vom Buch. Und das müssen wir jetzt in Form bringen mit zum Beispiel Canva. Da gibt es verschiedene Vorlagen, die wir verwenden können, wie zum Beispiel sowas oder hier solche Tagebuchvorlagen. Weil da haben wir einfach mal schon eine grobe Übersicht, können dann die Seiten anpassen, also die Schriftarten anpassen, Hintergrund anpassen. Das würden wir dann duplizieren, zum Beispiel 90 Mal und hätten dann schon den Inhalt fertig für so ein Dankbarkeitstagebuch. Jetzt bräuchten wir noch ein Buchcover, dafür werden wir hier den Bookcover Illustrator aus. Den könnt ihr eben suchen bei den GPTs. Und da habe ich es einfach mal eingegeben, erstelle dir ein Buchcover für ein Dankbarkeitstagebuch. Er erstellt es dann immer so, dass wir die Grundvorlage haben. Die Schrift würden wir selber einfügen, auch mit Canva. Dann lässt er eben oben immer noch Platz, unten noch Platz. Und dann können wir das verwenden für unser Buchcover. Da können wir so viele Versionen erzeugen lassen, wie wir es haben wollen. Können auch nochmal sagen, hey, mach hier die Blume weg, mach hier noch eine Sonne hinzu, hier vielleicht was Grünes. Genauso wie wir es brauchen. Und dann müssen wir einfach nicht mehr hier auf Fiverr gehen, jemand 50 Euro für so ein Buchcover zahlen. Sondern wir können wirklich die Buchvorlage und das Buchcover mit ChatGPT erstellen lassen. Deswegen lohnt es sich da wirklich die 19 Euro im Monat zu investieren, weil wir einfach extrem viel dann zurückbekommen. Ja, jetzt haben wir das Buchcover erstellt, haben den Inhalt auch fertig. Jetzt würden wir das bei Amazon KDP hochladen. Dafür melden wir uns hier an bei Amazon KDP. Gehen dann auf Bücherregal, Neuerstellen. Dann hier Taschenbuch. Und jetzt haben wir eben drei Überpunkte, die wir alle ausfüllen müssen. Das beginnt zum einen mal bei den Taschenbuchdetails. Dann würden wir den Buchtitel hinzufügen. Unseren Autorenname, den Beschreibungstext, den wir auch mit ChatGPT erstellen lassen würden. Dann, dass wir es in Deutschland verkaufen wollen. Können auch drei Kategorien zuordnen. Hier die sieben Keywörter, auf die das Buch ranken soll. Die finden wir auch mit dem Tool Helium 10, was ich vorher euch gezeigt habe. Und ja, jetzt müsste ich alles ausfüllen, dass ich weiter könnte. Im nächsten Schritt laden wir das Buchcover hoch, den Buchinhalt hoch. Und dann am Ende entscheiden wir, in welchen Ländern wollen wir das Buch verkaufen, zu welchem Preis. Und wir sehen dann direkt unseren Gewinn. Das sollte irgendwo dann bei 5 bis 6 Euro liegen. Das Ganze auch rentabel wäre. Und dann würden wir das Buch veröffentlichen. Klar, wir können dann auch eine Marketingkampagne machen mit Amazon Ads. Aber dafür habe ich schon extra Videos gemacht. Das würde einfach den Rahmen von dem aktuellen Video sprengen. Und ich mache Amazon KDP jetzt schon seit über zwei Jahren. Habe damals über ein Studium angefangen. Und so haben wir eben ein Nebeneinkommen aufgebaut. Und wenn ihr wirklich Fragen zu Amazon KDP habt, könnt ihr entweder mal hier auf den Link klicken. Kommt ihr zu Instagram oder schickt mir eine E-Mail an die Adresse. Und wenn ihr dann wirklich Interesse habt, ein ernsthaftes Amazon KDP-Bissens aufzubauen, vielleicht auch mit mir, dann können wir gerne auch zusammen so ein Coaching machen. Das geht hier in der Regel drei Monate fürs gesamte Coaching. Aber ihr könnt natürlich auch Einzelcoachings buchen, nur für Nischensuche, nur für Amazon Ads. Und ja, wir werden dann so einen ersten Call machen. Der kostenfrei ist, sage ich euch natürlich auch, wie das Ganze genau abläuft und auch, was es kosten würde. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, gerade zum Thema Amazon KDP, dann lasst doch gerne ein Abo da. Da würde ich mich echt extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao.